Die Firma Heule wurde 1961 als Lohnfertigungsbetrieb von Heinrich Heule gegründet. Im Jahre 1978 erhielt er einen Auftrag, bei dem es galt, die Innenseiten eines Gabelstückes in einer großen Serie schnell und kostengünstig zu phasen. Da er auf dem Markt kein geeignetes Werkzeug fand, wurde kurzum eines selbst gebaut. Der Start in die jetzige Ära. Heute wird der Betrieb in der zweiten Generation durch Ulf Heule geführt. Er weiß, was seine Kunden benötigen. Eine Werkzeugmacherlehre, die Weiterbildung zum Ingenieur FH und das Studium in Unternehmensführung bilden dafür die optimale Grundlage. Auch wird auf die Erfahrung des Gründers immer noch gerne zurückgegriffen. Der Erfolg hat der Bodenständigkeit der Heule Werkzeug AG keinen Abbruch getan. Partnerschaft mit unseren Kunden, die Qualität und Produktivität stetig zu verbessern, das Bekenntnis zu Qualität und Fortschrittlichkeit sind uns wichtig. Das spiegelt sich auch im neuen Gebäude wieder, welches im Jahre 2007 von den über 70 Mitarbeitern bezogen wurde und uns auch für die Zukunft viel Raum lässt. Auch hier wurden, wie bei den Produktentwicklungen von Heule, die modernsten ökonomischen und ökologischen Techniken eingesetzt. So kann das Gebäude absolut ohne CO2-Ausstoß geheizt oder gekühlt werden. Aber nun zu dem, was die Automobil- und Maschinenindustrie, die Raumfahrttechnik, der Flugzeugbau und die mechanischen Fertigungsbetriebe so schätzen. Die Werkzeuge der Heule Precision Tools sind weltweit patentrechtlich geschützt. Die Vielfalt der Produktegruppen Snap, Kofa, Defa, Vex, GHZ und Solo macht sie zum weltweit führenden Anbieter von Werkzeugen in der Entgrat-Technologie. Damit sind Entgraten, Phasen und Senken von Bohrungen vor- und rückseitig und auch an gewölbten Konturen in einer Wirtschaftlichkeit, Produktivität und Qualität zu erledigen, die ihresgleichen sucht. Als Beispiel aus der Industrie sei hier ein Nockenwellenhersteller genannt, welcher mit der Produktion von über 5000 Teilen am Tag durch den Einsatz der Heule-Werkzeuge wesentliche Ersparnisse verzeichnen kann. Auch bei weiteren Unternehmen, die auf die Werkzeuge von Heule setzen, liegt der Kundennutzen auf der Hand. Beidseitiges Entgraten in einem Arbeitsgang reduziert die Arbeitsschritte unserer Kunden erheblich. Kein Werkzeugwechsel, kein Stillstand und optimierte Arbeitsgänge, einen sehr langen Lebenszyklus und ersetzbare Schneidemesser. Mit unseren Produkten arbeiten sie schnell und kosteneffizient. Heule unterstützt die Kunden auf der ganzen Welt mit seinem weltumspannenden Vertriebsnetz. sowie den Tochtergesellschaften in USA, China und Korea, welche mit ihren umfangreichen Lagern für schnelle Lieferungen, technische Unterstützung und Kundenservice vor Ort verantwortlich zeichnen. Dies bestätigt die ISO 9001 Zertifizierung, welche die Verpflichtung gegenüber dem Kundenservice und der Qualität unterstreicht. Entgratwerkzeuge für den Einsatz in den Werkzeugmaschinen der weltgrößten Hersteller bis hin zu den kleinsten Werkstätten. Heule Precision Tools – Ein Name für schweizerische Handwerkskunst. Deine Die อง Du Untertitelung des ZDF, 2020